Herzlich willkommen in Grill und Imbiss Nummer 1 in Kiel. Bereits seit 1987 ist das Schnellrestaurant hier ansässig und erfreut sich großer Beliebtheit bei seinen Stammkunden aus der umliegenden Region. Hier erwarten Sie nicht nur leckere internationale Gerichte, wie türkische Spezialitäten, hausgemachtes Gyros und Schaschlik, sondern auch Curry und Bratwürste, frische Salate oder Fondes. Verfeinert werden die leckeren Speisen mit hausgemachten Soßen oder Zaziki. Für Ihre Zufriedenheit stehen Ihnen gekühlte Getränke, Sitz- und Stehgelegenheiten zur Verfügung. Hier werden Ihnen frische Gerichte, Sauberkeit und ein zuvorkommendes Service geboten und eine gleichbleibende Qualität. Wenn Sie mal wieder Lust auf einen kleinen oder herzhaften Snack haben, sind Sie hier genau richtig. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie das Schnellrestaurant, Grill und Imbiss Nummer 1 in Kiel. Das Team freut sich auf Ihren Besuch.